Team 11 sind wir, Weltkompakt machen wir. Für die Weihnachtsausgabe haben wir uns was ganz besonderes einfallen lassen. Hurra, wir leben noch. Wir erzählen euch, warum es so toll ist, seine Nachrichten nicht nur auf dem iPad ertatschen zu müssen, sondern auch eine Zeitung in der Hand zu haben. Jan, wie erzählst du denn deinen Lesern, warum Print so toll ist? Ich kann euch was zeigen und zwar nämlich nur aus Print kann man so wundervolle, ich zeige es ganz kurz, Pressebriefe machen. Gehen wir mal schnell zu Till und Stefan. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Na ihr zwei sitzt ja da schon wie bestellt. Was habt ihr denn schönes vorbereitet für die Heiligabend-Ausgabe? Ja, wir haben das Phänomen gefeiert sozusagen, dass Bauarbeiter und Handwerker oft sich ihre Lieblinge dann an die an die Werkstattwand kleben. Hier kann man es sehen. Was hängt bei dir am Spinn? Zitate von Goethe und Sprüche des Königs Salomo. Lena, du sitzt hier so schön rum. Hast du nichts zu tun? Deine Seiten sind scheinbar schon fertig. Warum ist die Zeitung so toll? Warum muss man sich unsere Ausgabe am 24. kaufen? Weil wir einfach das Print feiern wollen. Natürlich ist auch das Online wichtig. Klar, wir informieren uns auch alle über das Internet, aber die Zeitung ist einfach immer noch das Schönste, das Tollste, das haptischste und deswegen kaufe auch ich mir die tolle Weihnachtsausgabe der Weltkompakt. Also 24.12. Weltkompakt kaufen, mehr wissen. Frohe Weihnachten!